Pflegerin Cecile kommt an. Das bedeutet, für Joelle beginnt endlich der Tag. Sie sind meine einzige Verbindung zur Außenwelt und sie tun alles, was ich nicht machen kann, von A bis Z. Cecile und ein Team von Krankenschwestern und Reinigungskräften sorgen für die Grundversorgung der 62-Jährigen. Bei ihr wurde eine neurologische Störung diagnostiziert. Joelle kann nicht gehen, sich waschen oder kochen. Doch seit dem vergangenen Monat sind die Betreuer auch zu einer potenziellen Bedrohung für Joelles Gesundheit geworden. Und das, sagt Cecile, war das Schwierigste, womit man umgehen musste. Ich selbst habe keine Angst davor, krank zu werden. Meine größte Angst ist, krank zu sein, aber keine Symptome zu zeigen und jemanden anzustecken, für den dies weitaus schwerwiegender sein könnte. Cecile ist eine von 18.000 Menschen, die in Frankreich in der Pflege und Hausarbeit beschäftigt sind. Ein Job, den sie während der Pandemie nicht immer erfüllen konnte. Guillaume Richard, CEO von WeCare, sagt, Es gab herzzerreißende Fälle, weil wir gezwungen waren, Menschen zu verlassen, weil wir keine Schutzausrüstung hatten. Das Wichtigste ist für uns, unsere Mitarbeiter zu schützen. Wenn das also nicht gewährleistet ist, informieren wir die regionale Gesundheitsbehörde und die lokalen Behörden und sagen ihnen, wir können nicht eingreifen. Also, entweder sie haben die Schutzausrüstung für uns, dann können wir unsere Arbeit ausführen, oder sie haben sie nicht und wir können nicht helfen. Die Coronavirus-Pandemie hat bislang weltweit mehr als 240.000 Menschenleben gekostet. Unter ihnen viele Mitarbeiter an vorderster Front, wie zum Beispiel Pflegekräfte, die ungeheuer wichtig für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen sind. Meist sind sie die unsichtbaren Arbeiter. Jetzt in der Krise wurden sie als wesentliche Teile der Gesellschaft wiederentdeckt. Die Frage ist, ob ihre Arbeit auch nach dem Ende der Pandemie weiterhin geschätzt wird.